Oh, okay, man. Nicht aus dem Programm zurück. Wir wollen in der Investition kommen. So, wo ich bin? Camping in. Ja, wo gestern? Wenn wir gestern auf ein Hotel werden, da gab es verschiedene Werbung, und die Show waren, oder irgendwie was gezeigt, oder was so eine Quatsch zum Show. Und da ist mir auch ein Teil, das eigentlich in dem ganzen Fernsehprogramm, das war der PubTV, aber man sieht, das ist der zweite Programmmodus. Das ist meine Programmmodus. Die indischen Leute, die hier leben, der repräsentiert sind. Ich habe jetzt ausschließlich die Anlagen gezeigt. Eigentlich, ja. Eigentlich gefahrbar, ganz kurz hier mal eingeblendet. Ich denke, es hat Spaß zu machen, der war aus Indien. Jetzt etwa, der war da gesessen. Nur einfache Stunden, da habe ich das Fernsehprogramm. Noch mehr? Ja, was ist los? Ja, was ist los? Ah, es ist schon. Weiter. Ein einziges Bauwerk hat sich kurz eingeblendet. Hier. Weiter. Der Litischen Wärmel ist der Wärmel. Er ist es ab. Er ist es auf der chocolate-thouren und das ist es wichtig, dass wir die Beispiele stehen. Das ist ein Zick. Der Wärmel ist ein sehr nettes Wärmel. um ein Thema zu sagen da alles weisse Menschen ist auch keine Ausdauer die Wärmung von der Seife darf es nicht Seife und bei auch noch was so das ist da haben sie den schwarzen aus Afrika und jetzt eine Weiße und eine Schwarz und eine Weiße und eine Schwarz und eine Afrika muss aus Eife ein sein und dann darf und dann darf es nicht und dann darf es nicht und dann darf es nicht noch mal da konnte man schon ein bisschen sehen dass sie dann noch nie vielleicht ein bisschen die Wärmung die Wärmung die Wärmung die Wärmung die Wärmung die Wärmung alles weisse Menschen und die Wärmung bis dann fährt die Wärmung in die Wärmung auf dem und das ist eine Leiterung und das ist eine Leiterung und das ist die Gegendweite. Da wir die Reine durchführen können und das ist die Leiterung und das ist die Leiterung und gleich zu den Leiterung das wäre es nicht mehr Das war's für heute. Das war's für heute. Untertitelung des ZDF, 2020 so, dass wir jetzt mal nicht mehr haben, bei der Steuern da gibt es noch nicht da ist noch nicht mehr da ist noch nicht besser, weil ich weiß nicht Das war's für heute. 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 Das war's für heute.